Hallo, schön dich wieder zu sehen. Diese Geschichte heißt Angst im Dunkeln. Ich war ja so aufgeregt. Heute lief der neue Niki-Weltraum-Bär-Film an. Niki-Weltraum-Bär 2. Die Rückkehr des Grizzly-Bot. Und Papa ging mit mir ins Kino. An der Kasse sagte ich, zwei Karten für Niki-Weltraum-Bär bitte. Zusammen mit den Karten gab es noch eine Überraschung. Ein offizielles Niki-Weltraum-Bär-Abzeichen. Mann! 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 Bis zum nächsten Mal.